Früher Landesvater Baden-Württemberg, das ist der neue Job von Stefan Mappus. Der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Stefan Mappus, wechselt den Job. Künftig arbeitet er für die TRM-Beteiligungsgesellschaft. Stuttgart, der frühere Ministerpräsident Stefan Mappus, CDU, wechselt seine Arbeitsstelle. Bereits zum Jahresende verließ er das Münchner Ed-Beratungsunternehmen Pemone. Dies sei auf eigenen Wunsch geschehen, erklärte ein von Pemone beauftragter Sprecher am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der Stuttgarter Zeitung vom selben Tag. Nach einer Pause soll Mappus für die TRM-Beteiligungsgesellschaft Dortmund arbeiten, in welcher Funktion, ließ der Sprecher zunächst offen. Nach Angaben der Zeitung ist die TRM eng mit der Unternehmerfamilie Knauf verbunden, einem weltweit agierenden Baustoffkonzern. Damit ist eine Rückkehr des heute 53 Jahre alten Mappus in die Politik höchst unwahrscheinlich. Mappus war als Regierungschef nur 15 Monate im Amt. 2011 war seine schwarz-gelbe Regierung abgewählt worden. Es folgte eine grün-rote Regierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020